Was willst du hier? Ich brauche beides. Hubraum und Leistung. Ich brauche mindestens 400 PS. Das habe ich den Jungs versprochen. Ich muss auf jeden Fall irgendwie ein Wheeling machen können oder zumindest einen fetten Burnout. Je lauter, je böser, je mehr PS, desto besser auch. Ja, das geht nicht hier. Das ist Auto im Weg. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Small Block raus, Big Block rein und das läuft. Wir brennen die Reifen runter auf die Felgen, wenn du das willst. Das will ich.